Herzlich Willkommen und Servus zu einem neuen Video auf unserem Funky Football YouTube Kanal. Und heute gibt es mal eine kleine Challenge für uns. Ja, wir haben uns ja im Stream oder auch in den letzten Videos angekündigt, dass jetzt erstmal so in der Sommerzeit weniger Karrieren kommen sollen, dafür mehr Challenges. Uns ist eine sehr geile Challenge eingefallen, eigentlich dir so. Und zwar, die hat mit dem FC Bayern zu tun. Die sind ja auf Stürmersuche. Korrekt, die sind auf Stürmersuche. Der Favorit ist Harry Kane, aber da zicken die Spurs da ein bisschen rum. Die wollen den natürlich nicht abgeben. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob der überhaupt die richtige Idee ist, also ob der überhaupt der richtige Kandidat ist, weil wir testen nämlich vier Stürmer heute beim FC Bayern. Mit wem läuft es denn am besten? Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit Harry Kane, oder? Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wer die anderen Stürmer neben Kane sein werden, die wir testen werden. Einmal ist es Oji-Man, einmal ist es Kolo Mianie. Der vierte, da kommt man vielleicht nicht jeder drauf, aber es ist natürlich eine deutsche Option, Niklas Fülkug. Ist ja auch so leicht im Gerücht. Ich glaube, das wäre so die Option für Bayern, wenn gar nichts klappt und wenn alle sagen, boah, ich will 150, 120 Millionen. Genau, er wäre halt zum Beispiel die Option, mit der man halt ein Jahr überbrücken kann und dann vielleicht Kane davon überzeugen kann, gut, dann kommen wir halt nächste Ablöser. Und vielleicht macht Fülkug ja auch einen Strich durch die Rechnung zu den großen Namen wie Kane. Das ist natürlich auch ein Transfer, da würde die Bundesliga staunen. Da würde die Bundesliga staunen und ich sage mal so, für uns war er jetzt nicht ganz ablösefrei. Also wir haben da die 125 Millionen auf den Tisch geblättert, kriegen deswegen natürlich auch hier diese Stars-Spieler-Animation für Harry Kane. Und wir machen es einfach so, wir simulieren einfach mal die komplette Saison durch. Wir zeigen euch gleich nochmal kurz das Team, da haben wir natürlich ein paar Veränderungen gemacht und dann schauen wir einfach, wer holt die meisten Titel, wer schießt die meisten Tore, wer spielt die beste Saison. Ihr seht hier die Mannschaft, die wir jetzt aufs Feld schicken. Also wir werden es auf jeden Fall bei jedem natürlich die gleiche Mannschaft nehmen. Wir machen Leimer neu rein, wir haben so die ganzen Transfers, die jetzt schon fix sind, oder halt quasi fix sind, wie den Kimmy J-Transfer schon gemacht. Der kommt jetzt nur nicht rein, weil er hat eine 80er-Gesamtstärke gehabt. Das heißt, FIFA wird ihn eh nicht als erste Wahl über Upamecano reinstellen. Aber so gehen wir in die Saison rein. Wie gesagt, wir schauen auf die Titel, wir schauen auf die Tore, wir schauen auf die Punkte und wir sehen uns am Saisonende. Und jetzt sind wir am Saisonende angekommen. Ihr seht noch die letzten zwei Ergebnisse. Wir können ja sagen, Kane ist natürlich der Favorit. Er hat das höchste Rating in FIFA und zumindest zu einem gewissen Punkt ist der Mann seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Wir haben im März die erste Niederlage in der Bundesliga gehabt. Deswegen gucken wir direkt mal rein. Zwei Niederlagen, 80 Punkte insgesamt. Da waren einige unentschieden dabei. Das ist jetzt nicht die krasseste Saison aller Zeiten, aber das ist schon sehr stark gewesen. Das ist schon eine sehr starke Ausbeute. In anderen Wettbewerben war es ein bisschen schwieriger. Das ist korrekt. Wir gehen schon mal rein in den DFB-Pokal. Da hat Gladbach gewonnen. Und natürlich, weil wir der FC Bayern sind, sind wir auch gegen Gladbach rausgeschieden. Der Klassiker. Eigentlich immer 3 zu 1, habe ich das Gefühl. In den letzten zehn Jahren war es ein 2 zu 1. Sogar in der Allianz Arena muss man nicht mal geben. In der für uns zweiten Runde ist es halt ein bisschen früh im Achtelfinale. Genau, das ist ein kleines bis großes Desaster. In der Champions League war es da nicht so ein krasses Desaster, aber eben auch nicht richtig gut. Und wir sind nämlich im Viertelfinale am AC Mailand gescheitert. 1-0 im Rückspiel verloren, 2-1 im Windspiel verloren. Also auch klar gescheitert. Einfach zweimal verloren. Und am Ende hat Liverpool das Ding geholt. Also nur ein Titel, aber den mehr als souverän. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was hat eigentlich Kane so zum Erfolg oder vielleicht auch Misserfolg beigetragen? War er Torschützenjäger? Er war, ja, ganz klar, der beste Torschütze in der Bundesliga. Da sieht man es halt 28 Buden gemacht. Insgesamt waren es 33 in der Champions League. Halt nur 2 aus 10 Spielen. Genau, da hat er wirklich geschwächelt. Aber Junge, 28 und 8 in 34 Spielen ist eine Bomben-Saison. Also vor allem in seiner Bibü-Saison ist nochmal auf eine 90 hochgegangen. Insgesamt ein Notendurchschnitt von 7,75. Und Ordnung. Das lässt sich sehen. 43 Torbeteiligungen in 47 Spielen. Aber es ist ungefähr so, wie man sich das vorstellt, wenn Harry Kane zu Bayern wechselt. Die Bustige hat halt keine Chance. Und dann schauen wir mal, was beim Rest so passiert. Was wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Viktor Oseman. Die Premium-Lösung für die Zukunft sozusagen. Also unglaublich teuer, aber halt auch eine richtige Maschine. Er hat Neapel zum Scudetto geschossen und bringt halt alles mit, um über die nächsten 10 Jahre ein krasser Schlimmer zu sein. Der ist noch so jung und schon hat so viel Qualität. Er kann eigentlich alles, macht auch Kopfballtore. Für Bayern vielleicht auch ganz hohen, wischig gegen tiefstehende Bundesliga-Teams. Vielleicht funktioniert er ja noch besser als Kane in der letzten Saison. Und dann gehen wir auch hier in die Simulation rein. Es gibt halt ein Problem vielleicht. Es gibt vielleicht ein Problem, weil Sadio Maneja auch ein MS ist und ein höheres Rating hat. Könnte es sein, dass der Computer Oseman so ein bisschen die Spielzeit klaut. Ich hätte so 16 Spiele. Ja, das könnte jetzt bei den nächsten paar vielleicht passieren. Da müssen wir mal gucken, ob das jetzt so ist. Aber wir hoffen einfach mal, dass sich die Qualität von Oseman durchsetzt und der Mann dann einfach loslegt. Oh, Junge, was? Ach du, eu. Ich habe gedacht, wir hätten eine krasse Saison gespielt. Bayern hat wieder viel gewonnen in der Bundesliga. Die ersten Jahrlage kam da auch erst im Dezember. Wir haben nur zweimal verloren. Ja, auch im Zweifel verloren. Aber wieder sind sie unentschieden. Diesmal sind sie zehn unentschieden. Das sind vier Punkte weniger. Aber Leipzig spielt ja eine Bombensaison mit 77 Punkten. Aber was ein Titelrennen auch. Wir verlieren nur zweimal. Die verlieren nur dreimal. 71 zu 72 Tore. 35 zu 34 Gegentore. Das ist ja Wahnsinn. Und also das ist, glaube ich, das Einzige, was Fußball Deutschland noch weniger sehen will als die nächste Bayern-Meisterschaft. Das ist eine Leipzig-Meisterschaft. Und Viktor Oseman ist schuld. Aber eine Sache können wir euch sagen. Es gab auch einen Titel zu bestaunen. Und zwar den im DFB-Pokal. Da hat es Finale gegeben. Bayern gegen Dortmund. Das gab es schon lange nicht mehr, oder? Ja, etwas länger nicht mehr. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben natürlich auch einen einfachen Baum gehabt. Ich gehe mal ins Halbfinale zurück. Da hat Bochum gewartet. Im Viertelfinale war es sehr okay. Da waren es die Leipziger. Da hat man sich noch schlagen können. Davor war es Hannover 96. Und davor war es Frankfurt. Also es war so ein bisschen durchwachsen. War immer mal wieder schwer, leicht, schwer, leicht. In der Achterbahnfahrt. Genau. Das Krasseste an der Achterbahnfahrt gab es aber auch in der Champions League. Also einmal straight runter. Wir sind nämlich Dritter geworden in der Champions League-Gruppe. Wir haben nur zweimal gewonnen. Wir hatten wirklich ein komplett ausgeglichenes Ding. Wir haben da glaube ich nur gegen Pilsen mal unsere Punkte geholt. Und sind deshalb abgestiegen in die Europa League. Und weil das noch nicht schlimm genug ist, haben wir nämlich in der Europa League dann die Vorrunde verloren. Gegen PSV. Nachdem wir das Hinspiel mit einem Tor gewonnen hatten. Genau. Und wir haben einfach 5 zu 3 zu Hause verloren. Das ist schon ein Geistesgang. Jetzt wollen wir mal schauen, ob es an Oldman lag. Ja. Erwartet man mehr? Erwartet man weniger? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das, was man erwartet. Wahrscheinlich ist es so ziemlich das, was man erwartet. Also der Mann macht 22 Tore in der Bundesliga. Macht insgesamt 28. Hat so ein bisschen das Harry-Kale-Problem gehabt. Aber hat natürlich auch weniger Champions League-Spiele gehabt. Hat ein bisschen weniger Champions League-Spiele gehabt. Aber er konnte sich zumindest gegen Sadio Mane durchsetzen. Hat 48 Spiele gemacht. Und was ist jetzt wichtiger? Für die DFB-Pokale oder die Bundesliga? Ich würde schon sagen, Harry Kane war die bessere Saison bisher. Ich würde auch sagen. Ja, vor allem weil man halt diese Blamage da in der Europa League noch hatte. Kandidat Nummer 3. Rondal Colomiani. Den Mann kennen wir noch sehr gut auf diesem Kanal. Ja, wird auch viel diskutiert. Weil er eben in der Bundesliga schon funktioniert. War glaube ich auch letztens bei Ad Broskiller Talk mit Kofi. Sondern der meinte so, ist es wahrscheinlich die Option, wenn Harry Kane nicht klappt. Die sie versuchen werden. Aber ist halt eigentlich so ein Spielertyp, der nicht so würdig reinpasst. Weil er ja so der dynamische Stürmer ist und auch oft auf die Außen ausweicht. Genau, aber das ist ja jetzt in FIFA auch wieder ein bisschen was anderes. Da geht es ja eigentlich eher so ums Rating. Da ist er natürlich jetzt schon der schlechteste der drei. Hat nur eine 82. Aber Rating ist nicht alles. Vielleicht bombt er ja trotzdem einfach komplett die Liga. Manchmal ist Tempo auch alles in FIFA. Und das hat er. Ja, das hat er. Man kriegt ja immer so einen kleinen Spoiler. Wie es so läuft in der Saison, wenn man da so durchsimuliert. Man sieht, wo man rausfliegt. Man sieht die Spiele, wie viele Spiele man so verliert. Und ich muss sagen, es war schon durchwachsen einfach. Also wir sind der Erster geworden in der Bundesliga. Und das hat sich wirklich deutlich schlechter angefühlt. Ja, muss ich auch sagen. Wir haben halt wieder einen neuen Unentschieden. Das ist halt wirklich krass. Wir haben nur einmal verloren. Einmal verloren. Ein Punkt mehr als in der Harry Kane-Saison. Das ist jetzt bisher die höchste Punktzahl. Haben auch die Meisterschaft geholt. Also in der Bundesliga bis jetzt das beste Ergebnis. Also die Bundesliga kennt der Mann. Da fühlt er sich wohl. Also diese Theorie scheint bestätigt worden zu sein. Aber, aber, aber. Runde 3. Arminia Bielefeld. Mittlerweile Drittling ist. Wieder Achtelfinale, ne? Achtelfinale gegen Bielefeld rausgeflogen. Also ich kenne eine Person, die freut sich hier geisteskrank. In der Champions League war es leider auch wieder Viertelfinale, glaube ich. Ich glaube, das war Harry Kane auch. Ja. Dieses Mal gegen Liverpool. Das ist nix. Wir haben es versucht im Rückspiel. Wir haben ein 10-Spiel 2-0 verloren. Und das hat uns halt so ein bisschen das Genick gebrochen. Das heißt, auch hier wieder ein Titel. Nur die Bundesliga bisher konnte noch niemand die Champions League holen. Und das ist natürlich krass, ne? Manuel hat nur zwei Einsätze gehabt. Also, Colomioni hat da mit einem Handicap gespielt. Ja, aber mit einem richtig gewaltigen. Bei Sommers auch nur 85. Also da ist ein Neuer inzwischen auch. Aber der fängt ja mit der 89 an. Genau, also das sind vier Ratings. Ja, sagen wir auch mal wieder mit zwei entspannten Vorlagen. Wir schauen mal, was hat denn Colomioni so gemacht. Er hat gespielt, aber er war nicht der beste Scorer raus, sondern, also, oder besser gesagt, nicht der beste Torschütze, weil Sadio Mane da 27 macht und Colomioni nur 15. Krass, aber er hat vielleicht einfach Sadio Mane die Dinge aufgelegt mit 14 Vorlagen insgesamt. Das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Macht vielleicht das Team stärker. Weil an sich, von den Punkten, von den Erfolgen her, muss man, das ist ja sehr vergleichbar zwischen Harry Kane. Ich würde sagen, es ist fast die gleich gute Saison. Ist ein Unentschieden. Ich glaube, Kandidat 4 muss da jetzt noch was machen, damit wir hier kein Unentschieden an der Spitze haben. Und hier kommt der Mann, der vielleicht alles besser machen kann. Der vielleicht die Champions League holt. Der vielleicht den DB-Mokal holt. Der vielleicht die Lücke schließt. Es ist Lücke. Es ist Niklas Füllkrug. Wir wollten es einfach mal testen. Der Mann hat nur 20 Millionen gekostet, hat sich nochmal ordentlich die Tasche voll gemacht. Dreifaches Gehalt, wie das bei Werber. Aber wollte auch nur ein Jahr Vertrag. Also der Mann ist wirklich der Prototyp-Übergangslösung. Kriegt aber natürlich auch die Nummer 9. Ich glaube, sein Plan war einfach, er wollte eigentlich schon drei Jahre spielen. Aber ich dachte, wenn er jetzt das Dreifache gehalten hat, dann reicht auch ein Jahr, dann geht er schon in die Rente. Genau, dann kann er sich da noch einen Entspannten machen. Er ist eine 79. Nein, 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 nein. Digga, der kriegt Konkurrenz von Chupo Mutting. Und wenn er das genau das, was ich gerade gesagt habe, nicht passiert, entlassen wir mal kurz den Erik-Mark-Team-Chupo Mutting. Ist besser, oder? Safety first. Safety first. Das ist kein Spiel. Und dann ein letztes Mal ab in die Simulation und Daumen drücken für den Champions-League-Titel. Das wäre krass. Also, Männer, ihr seht hier links ein 1 zu 2 gegen Gladbach. Im Februar. Das ist die erste Niederladung. Davor gab es auch nur ein Unentschieden der Bundesliga. Ansonsten wurden alle Spiele gewonnen. Ist ja so, wir haben ein bisschen nachgelassen. Wir haben insgesamt noch dreimal danach verloren. Sieben Unentschieden. Aber es hat mit 76 Punkten dann trotzdem noch gereicht. Ganz knapp von Leipzig. Wir haben mit den letzten beiden Bundesligaspielern sogar verloren. Hätten wir die beiden sogar gewonnen, dann wären es 82 Punkte gewesen. Das ist meins, was wir da hatten. Aber dann kam noch ein Werkenner dazwischen. Bei Bochum einmal oder so. Keine Ahnung. Also, wir haben aber auch das letzte Spiel gegen Bochum verloren. Wollte ich nur mal sagen. Also, wir hätten wirklich fast alles noch verspielt am letzten Spieltag. Wir haben es aber geschafft. Wir sind Deutscher Meister geworden. Und wir haben das Dube gewonnen. Wir sind nämlich auch DFB-Pokal-Sieger geworden. Mit 2 zu 0 im Finale gegen Leipzig durchgesetzt. Und wir sind nicht Champions-League-Sieger geworden. Da sind wir nämlich im Viertelfinale an Manchester City gescheitert. Ist auch wirklich das härteste Los bisher gewesen, an dem wir gescheitert sind. 5 zu 3. Insgesamt, glaube ich, 2 zu 1 und 3 zu 2 verloren. Ich meine, gegen City kann das passieren. Die haben dann gegen Liverpool verloren. Und PSG hat dann insgesamt die Champions-League gewonnen. Aber 2 Titel für Völkrupp. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele er dazu beigetragen hat. Da bin ich auch gespannt. Vor allem gespannt, ob er gespielt hat. Manuel Neuer ist schon wieder verletzt. Oder ist er... Der muss sich aber... Nein, der muss sich verletzt haben. Wir stellen ihn am Anfang immer rein. Und er wird spielen, bis er schlechter ist als Jansommer. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Leon Goretzka ist unser bester Torschütze. Aber man kann nicht sagen, dass Völkrupp nicht gespielt hat. Also Völkrupp hat eigentlich fast immer gespielt. Ein paar Spiele hat er, glaube ich, nicht gespielt. Aber 14 und 0. Er hat alles an den Toren in der Bundesliga gemacht. Und kein Assist gesammelt. Oh, Digger. Das ist überragend. Aber was hat Leon Goretzka veranscheidet? Wir haben ihn nicht mal aufgestellt. Digger, Leon Goretzka. 5 Spiele gemacht. 24 und 20. Also vielleicht macht Völkrupp einfach seine Teammates besser. Aber was haben wir jetzt gemacht? Also der schlechteste Spieler mit der schlechtesten Statistik hat das meiste gewonnen. Genau. Also können wir eigentlich sagen, es ist egal, wen Bayern holt. Ja, solange sie nicht Ozilman holen. Ja, Ozilman war echt ein Reinfall. Aber Kane und Kolo Mjani haben sich nicht viel gegeben. Quasi die identische Saison. Bei Völkrupp war alles anders. Also, da habt ihr es. Wir haben es getestet. Niklas Völkrupp ist ein sehr, sehr guter. Plan C, Plan A und B sollten wahrscheinlich Kane und Kolo Mjani sein. Wir sind gespannt, wen die Bayern holen. Ob es ein Brecher wird oder ob der Niklas Völkrupp auf einmal die Nummer 9 im roten Trikot hat. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was denkt ihr, wie viel sollte Bayern investieren im Sommer? Sollten sie die 100-Millionen-Grenze irgendwie schreddern da? Oder sollten die dann doch lieber die Sparversion in Niklas Völkrupp machen? Schreibt es auf jeden Fall gerne mal rein. Lasst noch ein Like aufs Video da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Und Servus.